Weiß irgendjemand, worum es in der heutigen Folge geht? Hier, ich weiß es. Hier. Irgendjemand? Hier, ich zeig doch auf. Hier, 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 hier. Marius. Ich hab's vergessen. I am sorry, my mentor. I have failed you. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Normalerweise fängt Christian immer an, wenn wir hier dieses Thema haben. Aber naja, gut. Das muss da aufbrechen. Wow, jetzt geht's ab hier. Nicht mal eine Begrüßung abwarten. Ganz neue Sachen hier. Hier wird's vogelwild. Ist das noch meine Dichkino-Tagesstätte? Ich weiß es auch nicht. Aber es ist auf jeden Fall mein Rang und Namen, was ich heute gewinnen werde. Wir battle uns wieder, Christian. Hi. Hi. Fäuste sind geölt, Füße sind gespannt. Ja, geballt. Und das Battle kann losgehen. Sehr schön. Sehr schön. Für alle, die nicht wissen, was wir heute hier tun bei Rang und Namen, da betteln Christian und ich uns über ein bestimmtes Thema in der Film- und Seriengeschichte. Wir haben jeweils drei Filme, beziehungsweise drei Pics ausgesucht, die ins Rennen für uns gehen. Und dann diskutieren wir die ganze Sache mal demokratisch, äh demokratisch, alter, demokratisch und friedlich aus. Das wollte ich sagen. Ja, und am Ende kann es nur einen geben. Nur einen? Nur einen. Nur einen, definitiv nur einen. Das so ist es Tradition bei Rang und Namen. Und, ähm... Das heutige Thema? Hast du schon erklärt, was das Thema diese Woche ist eigentlich? Nein, nein, das wollte ich dir überlassen. Mir? Okay, okay. Das ist das Letzte heute, was du sinnvoll sagst. Oh, es geht ja schon mal kurz hier los. Es geht schon mal gut los. Die Stimmung ist aufgeheizt, genau wie im Klassenzimmer. Denn wir sprechen heute über die besten Mentor und Mentor, Mentorinnen und Mentor, wobei ich gespannt bin, ob hier es irgendeine Frau geschafft hat. Das wird mir jetzt erst bewusst. Ich habe nur Männer aufgelistet. Das tut mir, das tut mir leid. Aber es ist nun mal so, leider, der Mentor als Archetyp im Film, in der Heldenreise, als ganz wichtige Figur in der Heldenreise, ist in der absoluten Überzahl männlich. Und auch die ikonischen Rollen sind üblicherweise männlich. Ja, Christian, mir fällt auf, ich habe auch nur Männer. Aber wir können das jetzt noch drehen. Oder die Folge direkt canceln, ja? Nee, 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 wir können das jetzt noch unter uns quasi so drehen, dass wir hier auch in dem Folgentitel extra nicht gendern, um das quasi rauszustellen, dass nur Männer da ist. Aber wir verpflichten uns hiermit, eine Folge über die besten Mentorinnen und Lehrerinnen zu machen. Das klingt gut, das klingt gut, im Sinne der Fairness machen wir das so. Ja, sehr schön. Dann ist das hiermit klargestellt, liebe Frauen da draußen, ihr bekommt eure Folge. Und mal gucken, wie auf Jennifer's Body da genannt wird. War das ein Lehrerin? Doch, das war ein Lehrerin. Ich weiß es nicht, ich habe es noch nicht geguckt, aber Megan Fox war das, ne? Ja, ja. Megan Fox als Lehrerin fände ich auch sehr seltsam. Oder Bad Teacher ist auch hier mit Cameron Dears. Bad Teacher, ja. Da kommen dann solche Tollen. Das sind also seltsame Avancen. Ja, genau, dann kommen nämlich dieses seltsame, eklige Schüler, die auf ihre heiße Lehrerin stehen, rein. Und dann wird es unangenehm, wenn man nicht mehr 15 Jahre alt ist. Dann laden wir uns Benni dazu ein und dann haben wir Expertise in der Folge. Das klingt gut, das klingt gut. Sehr schön, gut. Wollen wir starten? Das Prozedere ist wie immer, wir sagen unsere Pics jeweils im Wechsel. Und Honorable Mentions gibt es auch noch. Und ja, ihr werdet es merken, ihr werdet es merken. Ja. Gut. Die besten Mentoren und Lehrer, ich würde starten. Mach das gerne. Ich würde starten. Ich würde starten. Mit was starte ich? Ich würde mit einem großen Helden unserer, nee, nicht unserer Zeit, sondern der Geschichte starten. Einer, der schon, die alten Griechen haben schon Geschichten über ihn geschrieben und haben gesagt, jo, das ist ein Typ, da kann man ganze Epen drüber schreiben. In dem Film, in dem er vorkommt, ist er nur eine Nebenrolle, weil er der Mentor ist. Unsere eigentliche Hauptfigur. Also, die griechische Geschichte und Mythologie wurde da ein bisschen verdreht von Disney, aber nun gut. Dadurch wurde es wenigstens lustig. Ich rede natürlich vom großen Mentor und Lehrmeister von Herkules, nämlich, jetzt habe ich die Seite wieder zugemacht. Ich würde mir seinen Namen aufschreiben. Er ist Phil, auf jeden Fall, aber in der griechischen Mythologie, Philoketes oder so ähnlich. Philoketes sagt. Philoketes. Philoketes, genau. Philoketes sagt, wie wirklich in Google. Genau, der ging schon mit, ja, so nur die Argonauten auf Tour und so weiter und so fort. Also, ganz große Gestalt der griechischen Mythologie. Ja, hat natürlich im Disney-Film alles keinen Platz, aber er ist der Mentor von Herkules und Herkules muss natürlich ihm erstmal die typische Mentor-Geschichte erstmal so ein bisschen erweichen. Er ist eigentlich ein Ruhestand, hat Achilles getrainiert und der war eigentlich toll, aber diese Achilles-Fersen, traurig, traurige Geschichte. Und er muss erstmal ihm beweisen, dass er wirklich ein Held ist und dann glaubt Phil an ihn und trainiert ihn und will ihn dann auch wie ein guter Mentor auch wieder auf dem Boden halten. Nur, Herkules hat natürlich mittlerweile sein eigenes Merchandise und ist deswegen sehr, sehr abgehoben, auch wenn wir in der Kinotagelstätte mal unseren eigenes Merchandise vertreiben. Spätestens dann wisst ihr, wir sind abgehoben. Genau, warum ist Phil einer der besten Mentoren aller Zeiten? Erstmal macht er seine Mentoren-Sache großartig, es funktioniert ja, aus Herkules ist was geworden, er kann am Ende, trifft er die richtigen Entscheidungen und natürlich besteht es Prüfung zu bestehen, aber da kann der beste Mentor nicht helfen. Er ist einer der Wegen, der mal nicht stirbt, also er ist selber nicht so dumm, sondern hält sich schön aus den Sachen raus. Er hat eine sehr lockere Zunge, im Original natürlich gesprochen von Danny DeVito. An sich, das ist schon mal ein Argument, wenn ich mir einen Mentor für mich persönlich raussuchen würde, dann wäre es Danny DeVito, der neben mir steht und sagt, ach du bist auch nur ein Pantoffelheld, so zumindest gesagt in der deutschen Synchro. Ja, was will man mehr von einem Mentor als einen kleinen geilen Ziegenbock? Ja, wenn du mir jetzt noch sagen kannst, was das denn für ein mystisches, mythisches Wesen ist, ohne zu googeln. Ohne zu googeln, es ist ein, 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 es ist halb Mensch, halb Widder. Irgendwas Ziegiges, ja. Ja. Nennt man Satyr. Ah. Nennt man Satyr. Ja, Mensch, ich wollte ja nur wissen, ob du das weißt, aber du hast wahrscheinlich die Google-Seite vor dir. Nennt tatsächlich, ich bin etwas bewandt in mythologischen Kreaturen. Naja, Pralerei, Pralerei beiseite ist natürlich, ist natürlich ein netter Pick, Marius, ist natürlich ein netter Pick, kann man wenig sagen, ist einer der wahrscheinlich präsentesten, bekanntesten Mentoren, so der Disney, der Disney Zeichentrick-Historie, weil er auch ganz klar als Mentor, ähm, fungiert, so als klassischer Lehrer, der jemanden aufbaut vom, 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 vom kleinen Hans Wurst hin zum großen muskelbepackten Helden. Und ja, ich gebe dir recht, der Erfolg gibt dieser Figur recht. Herkules ist am Ende der große, starke Held und überkommt seine Sprechen, seine Überheblichkeit. Ähm, insofern hätte ich da jetzt wenig zu sagen, wäre da nicht filzkratzbürstiger Charakter. Kann sich nicht so wirklich entscheiden zwischen, ja, eigentlich mag ich den ja, aber dann ist er auch die ganze Zeit so grummelig und so, also es ist weder Fisch noch Fleisch, ne, so, also, ich finde, als Mentorfigur muss man sich für eins entscheiden, ist man wirklich der Nette, der, der, der wirklich bestärkend ist, oder ist man der, der so ein bisschen, ist, aber halt auch wirklich alles von seinem Schüler, seiner Schülerin fordert und da sitzt sich Phil so zwischen die Stühle und, hm, insofern nur gut, aber nicht Rang und Namen siegeswürdig. Es ist mir wieder völlig klar, dass du dort keine Expertise hast im Mentorin sein. Ähm, das wird sich hoffentlich ändern im nächsten Jahr, aber du musst natürlich Good Cop und Bad Cop in einer Person sein, ne, Zuckerbrot und Peitsche. Mal was geben, mal was nehmen. Fördern und fördern lassen. Du musst manchmal nett sein und ihn mit warmen Worten aus den Wolken zum Beispiel runterholen, aber gerade am Anfang im Training muss man natürlich knallhart sein und sagen, hier, wenn du das nicht durchstehst, äh, dann, dann, dann schaffst du es nicht, ne, also man muss ehrlich sein und hart sein und gleichzeitig, äh, immer ein, ein, äh, ein Horn quasi, äh, bereit haben für die Worte seines Schützlings, also, ne, 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 das ist schon die richtige Wahl und, äh, der Erfolg gibt ihm recht. Schön, du darfst mich gerne zitieren, äh, da vorne aufs K des Films drauf oder dieser Folge. Ähm, ich würde einfach mal weitermachen, wa? Mach du, mach du. Ja. Marius, was, was macht man, wenn man vor, jetzt im Herbst vor einem wunderschönen Apfelbaum steht, was macht man als allererstes? Man schnappt sich die, die low-hanging fruits und, äh, deswegen beginne auch ich mit einer low-hanging, fruit, äh, und auch diese Folge kommt natürlich nicht ohne Star Wars aus und es wäre keine Folge über die besten Mentorinnen, äh, über die besten Mentoren, nicht generisch, über die besten Mentoren würde hier nicht Meister Yoda auftauchen. Äh, eine Figur überaus ikonisch, äh, in der Popkultur, ich meine, gibt diverses Merchandise. Also, jeder weiß, wer gemeint ist, wenn er diesen kleinen grünen Knubbel sieht. The Mandalorian, die Serie, funktioniert hauptsächlich über den Baby Yoda, der da auftaucht, ja, das ist der rote Faden dieser, dieser Serie. Und, äh, davon abgesehen ist Yoda, der ursprüngliche Yoda, einfach eine fantastische Figur. Ich meine, wir hatten Obi-Wan Kenobi in Episode 4 als den Mentor in dieser sehr, sehr, sehr klassischen Heldenreise, die George Lucas da inszeniert hat, aber seien wir mal ehrlich, Obi-Wan Kenobi war in diesem Film kein, kein guter Mentor, hat sich dann so verabschiedet und hat alles im Mysterium, im Geheimen noch gehalten und, ah, wenn wir mal wirklich die Figur von Obi-Wan Kenobi auseinandernehmen würden in Episode 4, dann würden wir feststellen, nee, das ist eigentlich kein guter Mentor. Umso besser ist Yoda in Episode 5, äh, der dort einspringt in der Mentorenrolle und der uns erstmal als ganz, äh, unscheinbarer, kleiner, grüner Bewohner dieses Sumpfplaneten begegnet, bis sich dann nach einer ganzen Weile herausstellt, das ist der übermächtige Yoda, den Luke Skywalker gesucht hat und, äh, ganz überrascht ist, was dieser kleine Kerl soll, der mächtige Jedi-Meister sein? Und ja, er ist der mächtige Jedi-Meister, er ist jetzt schon im gehobenen Alter, er ist schon mehrere hundert Jahre alt und ist die Verkörperung des Prinzips klein, aber, oho, keine körperliche Präsenz, aber eine unfassbare Fülle an Weisheit. Er lässt, er, er weist seinen Schüler in die richtigen Bahnen, dass der selber zu einer Erkenntnis kommen kann. Zwischendurch gibt es immer mal so einen geilen Spruch wie, tu es oder tu es nicht, es gibt kein Versuchen. Und, äh, dann natürlich auch noch sein, sein Grammatik-Problem, äh, das auch, äh, bekannt ist wie Bolle, äh, also, sehr viel, sehr viel ikonischer geht es doch kaum als Meister Yoda, oder? Ja, wir suchen bloß nicht die ikonischsten, äh, Lehrmeister, das ist halt ein Problem. Aber sonst ist natürlich, äh, die Low-Hanging Fruit, also, musstest du dich überhaupt strecken? Also, äh, ne, ne, ich hab das einfach so auf Brusthöhe abgezupft und, äh, plopp gemacht und, äh, der, der Ast, ist sehr weit wieder nach oben gesprungen, weil dieser Apfel so schwer und saftig war, weil es natürlich auch gleichzeitig die beste Frucht an diesem Baum war. Nee, nee, das, das werde ich dir gleich beweisen, aber, ähm, Yoda an sich hat natürlich ein großes Problem, denn in all seiner Weisheit, in all seiner Schleue und sowas hat er trotzdem nicht kommen gesehen, was, was passiert und hat nichts unternommen und hat Anakin falsch behandelt. Und, also, ne, sonst, ich mach hier, äh, ne, also, Anakin ist ja das. Also, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt auch noch die Prequels, wenn wir jetzt auch noch die Prequels mit reinrechnen wollen. Ja, natürlich. Also, wir müssen, das sind neun Filme. Dann kommt, dann kommt erst mal noch als Bonus oben drauf, dass er da beweist, dass er ja auch ein unfassbar talentierter Schwertkämpfer ist. Ja, ja. Das nochmal zum einen. Äh, zum anderen ist es nicht er, der Anakin falsch behandelt hat, sondern es sind viele, viele andere Jedi-Meister, allem voran, äh, Wais Mindu, allem voran Obi-Wan Kenobi, da auch nochmal, das wirft kein gutes Licht auf ihn als Mentor. Yoda trifft da die wenigste Schuld, er ist noch am ehesten der, der dann zu, zu Palpatine geht und dem noch halbwegs das Handwerk legen kann. Ja, aber vorher, also, ne, er hätte da schon mal auf den Tisch hauen sollen mit seiner grünen Hand und sagen, hier, äh, ich kann doch nicht mal, das ist jetzt die schlechte Grammatik irgendwie, objekt, subjekt, jede er sein soll, oder so, irgendwie. Genau so, genau so. Gebührt, irgendwie so. Äh, ja, armer Mensch er sein, so, also, äh, er, er macht sich da schon mit schuldig, wenn ich sagen, wenn ich das sagen müsste. wusste, da trifft sehr viele Leute in die Schulter, das stimmt auf jeden Fall, aber an den ganzen Schlamassel ist er da auch nicht unschuldig, was wir ja dann ja auch sehen, er geht ja ins Exil nicht nur, weil ihm der Sumpfgeruch so gut gefällt, sondern weil er sich natürlich schämt dafür, was er getan hat und was er nicht getan hat und was er nicht geschafft hat. Ja, und wenn wir die neue Trilogie nehmen, dann haben wir natürlich auch ein Problem, er ist natürlich da so ein bisschen altersdudelig, das ist zwar sehr unterhaltsam, aber das ist natürlich schlecht für einen Mentor, wenn er so ein bisschen, wenn du nicht weißt, hat er jetzt einen klaren Moment oder ist Opa wieder im Krieg gedanklich. Das ist natürlich schwierig für seinen Lehr oder für seinen Ziehsohn und noch ein Problem, er ist der einzige Mentor, also es gibt keinen anderen Jedi mehr, wo er irgendwie lernen könnte. Der gute Luke Skywalker. Ja, also die Ausfall an Lehrmeistern, die er hätte nehmen können, war verschwindend gering. Ja, da gebe ich dir, da gebe ich dir durchaus recht, aber er hat letztendlich Luke Skywalker zu dem Jedi gemacht, der das Imperium stürzt, auch hier. Der Erfolg spricht für ihn. Ja, aber hat er dann auch den Luke Skywalker erschaffen, der irgendwie grüne Milch erntet und das war dann, als er nicht mehr da war. Ja, ja, ja. Also, ja, das Alterstüdel, ich meine, Güte, dafür kann er ja nichts. Also, und davon abgesehen ist es offensichtlich auch erfrischend, wenn so ein Mentor mal so Verwirrung stiftet, dass du dir selber bewusst werden musst, deiner eigenen Position, deiner eigenen Fähigkeiten und das ist ja auch eine Qualität von Yoda, dass er so ein bisschen, das ist das Moment der Verwirrung, das freie Radikal ist er manchmal in einigen Momenten. Mhm. Nun gut, über Yoda muss zu reden sein. Ich würde da einfach mal weitermachen und ebenfalls Star Wars ins Rennen schicken. Und Christian, wir reden jetzt hier wahrscheinlich so eine gute Dreiviertelstunde oder was über über die Mentoren von irgendwelchen Helden sagen und wie denn der Held zum Held wurde und was für einen Erfolg die tollen Mentoren hatten. Ja, 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 ja. Aber denkt denn niemand an die Bösen? Denkt denn niemand an die, die es wirklich schwer haben in dieser Welt? Die, die dort sitzen und sich denken, oh, ich möchte so gern böse sein, aber dafür brauche ich ja auch einen Mentor. Und die guten haben, die ganzen guten Mentoren. Haltet ein, die Star Wars Saga hat einen, der, der die Bösen macht zu dem, was sie sind. Und du musst mir recht geben, Star Wars hat verdammt gute Bösewichte, oder? Und deswegen, äh, deswegen, äh, muss man ihm die Credits dafür geben, was aus dem Bösen so gemacht worden ist. Ich rede natürlich von Kanzler Palpatine, Darth Sidious, der Imperator, nenn ihn wie du möchtest. Äh, es ist natürlich der Mann, der, der Böses schafft. Quasi und der, äh, die klassische Mentorenfigur für die böse Seite halt. Und, ähm, ja, ohne ihn hätten wir keinen Darth Vader. Ohne ihn hätten wir keinen, nicht die Verwandtung von Anakin Skywalker gehabt, wie, wie wir sie hatten. Äh, die zumindest, also die Filme machen es vielleicht ein bisschen ungelenkt, gut, aber die Idee, Grundidee war natürlich gut. Und, äh, wir hatten auch keinen bösen Imperator, der in der alten Trilogie natürlich über allem so ein bisschen schwebt. Und wie sehr das, äh, nach hinten losgehen kann, hatten wir in der neuen Trilogie gesehen, dass so eine Imperatorfigur, äh, gar nicht mal so einfach ist, zu schreiben. Deswegen, der Imperator, äh, wir reden nicht über Teil 9. Das, das möchte ich einmal noch kurz anmerken. Mir geht's um den Imperator in der alten und der, der ganz alten Trilogie. Okay, jetzt, jetzt, jetzt picky werden hier, oder was? Jetzt können wir hier bestimmte Trilogien ausklammern, oder wie? Ah ja, okay. Na gut, ähm, durchaus interessante Frage, die du da aufwirfst, ob es auch böse Mentoren geben kann. Also, weil, ne, der, der Mentor als erzählerischer Archetyp ja natürlich auf der guten Seite zu verorten ist, als Leitfigur des Protagonisten, äh, derjenige, der seine Fähigkeiten wirklich in Kraft setzt und ja, im Grunde kann man diese Funktion auch einer bösen Figur zuschreiben, die natürlich verführerisch ist und, äh, die Kräfte für andere Zwecke nutzen, wenn andere Bahnen lenkt. Aber ich würde mal einfach, äh, die These aufstellen, ein Mentor ist, äh, jemand, der, der dies nicht vorrangig aus Eigennutz tut, der vor allem einen pädagogischen Auftrag, äh, sieht, verfolgt, äh, nämlich seinen, seinen Schüler, seine Schülerin zu bestärken, ähm, ihnen etwas, dass sie selber ihr zu ihrer eigenen Stärke finden, zu ihrer eigenen, zu ihrer eigenen Fähigkeiten entdecken, dass sie das auch zu etwas moralisch Gutem verwenden und da fällt Palpeter natürlich ganz klar raus, weil er schlicht und ergreifend ein Manipulator ist, auf ganz, gar narzisstisch, selbstsüchtige Weise handelt und alle seine Schützlinge von Darth Maul über Count Dooku ist nicht so wirklich sein Schützling, ne, aber, ähm, über Anakin Skywalker bis hin zu irgendwas dann in der, in der ganz neuen Trilogie, ähm, all die nutzt er nur aus für seine eigenen, also wahrscheinlich dann Kylo Ren in der neuen, ähm, all die nutzt er nur aus, um seine persönlichen Ziele zu verfolgen, um Macht zu kriegen, weil eigentlich, und damit bricht er ja auch mit einer Sith-Tradition, weil eigentlich ist die Tradition bei den Sith ja, dass der Meister irgendwann von seinem Schüler getötet wird und, äh, das, ähm, dem widersetzt er sich vehement, äh, er wird dann ja trotzdem in Episode 6 Opfer genau dieser, einer solchen Tat, aber, ähm, bis dahin widersetzt er sich dem vehement und insofern nicht mal, nicht mal in der Sith-Tradition ist er ein guter Mentor. Na, am Ende steht er ja in der Sith-Tradition, also am Ende, äh, vielleicht hat er das, ja, sag ich das mal nicht so einfach, vielleicht war das ja der Plan von Anfang an, äh, er hat nur gedacht, dass, äh, Darth Vader dann, ähm, ihn umbringt und er der neue Sith-Lord wird, naja, das hat nicht so ganz funktioniert, man weiß es nicht, äh, ich denke mal, Reddit-Foren sind voll mit solchen Theorien und wir wissen, Reddit hat immer recht. Deswegen, ähm, ich, ich stehe da nicht an deiner Seite, auf jeden Fall, es kann böse Mentoren geben, Mentoren und, äh, Lehrer müssen nicht unbedingt nur aus, ähm, aus der Motivation handeln, für den Schützling da zu sein, sondern auch aus eigenen Motiven. Ich finde das sogar die interessantere Variante, äh, weil bestimmt, du, du hattest wahrscheinlich nicht nur eine Low-Hanging Fruit, die anderen zwei hören wir gleich noch, ähm, dass immer und immer dieselbe Geschichte quasi erzählt wird und hier haben wir mal das Ganze auf der Bösen-Seite und das finde ich, wie gesagt, ein deutlich interessanterer Kniff und deswegen, für mich ist es ein Mentor, halt nur fürs Böse und, ähm, steht damit über Yoda. Steht damit über Yoda, na gut, okay. Überlebt auch Yoda für, äh, eineinhalb Filme. Das stimmt, das stimmt, aber nicht in Gedenken. Nicht in Gedenken. Ja gut, äh, dann machen wir doch mit einer Figur weiter, die in eine ähnliche Kabel schlägt, zumindest charakterlich und, ähm, dessen Schauspieler für diese Rolle auch seinen verdienten Oscar bekommen hat. Es geht um Terrence Fletcher und, äh, dieser Name sagt jetzt ad hoc vielleicht nix, aber vielleicht der Schauspieler, wenn ich ihn nenne, nämlich J.K. Simmons. Und es geht um Whiplash, um den fantastischen Whiplash von 2014, Damien Chazelle erzählt hier so ein bisschen seine eigene Geschichte, Erfahrungen nach, einer Musikhochschule in New York als, äh, Drummer, als, äh, dort auszubildender Drummer und J.K. Simmons natürlich sein, sein Lehrer, seinen Dozenten, der, ja, eine ganze Klasse natürlich leitet, ein ganzes Orchester und mit einer, äh, naja, oberflächlich gesehen mit absoluter Härte und Rigorosität dann natürlich zu Werke geht und, ähm, kein bisschen, kein bisschen, äh, keinen kleinen, noch so kleinen Fehler verzeiht. Und, äh, jetzt kann man natürlich sagen, ja, es ist natürlich eine, eine verachtenswerte Figur, aber gleichzeitig strahlt sie auch eine gewisse Faszination aus. Nicht nur für uns als Zuschauer, als Zuschauerin, sondern auch für den Hauptakteur dieser Geschichte, der natürlich hin und hergerissen ist zwischen, ah, eigentlich ist das ein Arschloch, weil er nach, mit Stühlen nach mir schmeißt, weil er mich anschreit vor der Klasse, äh, weil er wirklich, weil er mich wirklich psychisch fertig macht. Äh, andererseits aber natürlich auch dieses, man will ihm gefallen, man will diesen Ansprüchen genügen und das zeichnet ja auch einen, einen guten Lehrer aus, wenn man wirklich nicht nur, wenn dieses Mindset in einem verwirklicht, ich möchte diese Ziele erreichen, ich möchte seinen Ansprüchen, äh, gerecht werden. Und, äh, Terence Fletcher verwendet so eine Mischung aus Wange streicheln und Wange schlagen. Natürlich, wenn jemand einen Fehler macht, dann benennt er das Knallhart und macht einen richtig fertig, buttert einen richtig runter, aber wenn, aber anfangs und wenn man was gut macht, dann ist er, ist er lieb und lobt einen auch. Und was, es gibt diesen Kernmoment in diesem Film, wo beide am Tisch sitzen und, ähm, wo es auch so ein bisschen darum geht, was ist, warum verhält er sich eigentlich so? Und seine Philosophie ist einfach aus einem gut gemacht, ist noch keine Legende auf, äh, entstanden. Natürlich kann ich sagen, ja, das hast du gut gemacht, das könntest du noch ein bisschen besser machen, aber nein, er will wirklich Perfektion, Präzision und er verlangt alles, damit seine Schüler, seine Schülerinnen wirklich das Maximum bringen und wirklich zu einer Legende werden. Und, ähm, diese, diese Entschlossenheit, dieses Absolute, das finde ich doch sehr beachtens, beneidend, nicht beneidenswert, aber beachtenswert und, ähm, insofern ein, ein, äh, interessanter, ein ambivalenter Mentor, vielleicht nicht der perfekte, aber doch ein, einer der interessantesten der Filmgeschichte, würde ich mal behaupten. Mhm. Okay. Gut, also ich, wir, wir hatten wieder unterschiedliche Ansätze. Ich hab mir gedacht, okay, wenn ich das Handwerk lernen müsste, die, die, der Held in der Geschichte oder der Anti-Held, äh, lernen muss, wen hätte ich dann ganz gerne als Mentor? Und, ähm, jemand, der mit Stühlen nach mir schmeißt, wär nicht so schön. Also, da ist ja, da ist ja selbst Palpatine netter zu seinen Schülern. Der hat ihn mit Stuhl nach Darth Vader geschmissen. Nee, aber mit Blitzen auf ihn geschossen. Ja, aber als er ihn verraten hat. Also, das ist ja, das ist ja schon, aber davor hat er ihn immer gut behandelt, war immer ein netter Kerl. Ja, zu Darth Vader hat ihm alles beigepraft. Ja, immer hat ihn belogen und manipuliert und hat seinen Sohn gegen ihn aufgehetzt. Ja, also. Ja, ich mein, aus böser Sicht war er der perfekte Mentor. Nochmal. Und, äh, Phil, wie gesagt, hat die nette Mischung, aber hier hast du einfach einen Arschloch. Ne, und Arschlöcher sind keine guten Mentoren, Christian. Das, dem würde ich, dem würde ich widersprechen. Also, ich will jetzt nicht behaupten, ich hatte Arschlöcher als Lehrer, aber mal, es gab's in deiner Schulzeit nicht auch diesen Lehrer, diese Lehrerin, die, ähm, die, die wirklich ein bisschen härter waren zu dir, die auch wirklich Fehler als solche benannt haben, ähm. Ja, ja, aber wir reden hier von angemessener Härte und nicht von Arschloch. Ach, das sind erwachsene Menschen, die er da unterrichtet. Ich finde schon, dass das, äh, angemessene Härte ist. Okay. Gut. Ja. Natürlich darfst du in deiner Schulaufbahn, in deiner Schulaufbahn nicht nur solche, nicht nur solche Lehrer haben, weil dann wird's echt, echt toxisch, aber die Mischung macht's aus. Also, die besten Lehrer sind nicht immer die, die ihre Schüler nur tätschen. Nein, 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 das sag ich auch gar nicht, aber wie gesagt, angemessene Härte, mal was Positives, mal was Negatives, Kritik auch gerne äußern, äh, ist ja gar nichts, aber Jack jetzt zumindest ist ein Vollidiot, der, 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 der weiß, der ist sehr gut in seinem Fach, auf jeden Fall, aber, äh, sollte, aber ist halt kein guter Lehrer, nein. Er ist ein Perfektionist, Marius, und das ist doch, äh, das ist verhandelbar. Wäre, wäre, wäre unser, wäre unser Protagonist ist hartere Seele, der, äh, der vielleicht großartig in dem ist, was er kann, aber er wird nur besser, indem man ihm ein bisschen positive Energie gibt, dann, äh, sähe der Film ganz anders aus. Dann hast du hier eine Geschichte, wie jemand, äh, zum, zum, vom Schlagzeuggenie zum, zu, 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 in die, in die Gosse, in der Gosse landet, weil der Lehrer nur ein Arschloch zu ihm war. Tja, und das ist aus dem, aus dem richtigen, äh, aus dem, aus dem realen Vorbild dieser Figur geworden, ein Erfolgsregisseur, der uns vorletztes Jahr so ein, letztes Jahr so einen wunderbaren Film wie Babylon beschertet. Ja, das hat dazu geführt, na toll. Gut. Einen haben wir noch. Äh, ich, ich, ich gehe mit dem Lehrer mit und, äh, das natürlich, ein guter Lehrer kann dein Leben verändern. Ein guter Lehrer kann wirklich extrem prägend für dein Leben sein, aber die Schüler können auch prägend für den Lehrer sein. Das ist ja auch mal ganz wichtig zu erfahren, diese Seite zu erfahren. Und Lehrer haben viel zu selten gute Filme. Ich hätte einen, den nehme ich aber bei den Honourable Mansions und so, den du auch kennst. Und ich nehme eher eine Variante, den du nicht kennst, aber ist ein All-Time-Klassiker unseres Podcasts, dass ich diesen Film nenne. Äh, deswegen, äh, vielleicht erinnerst du dich noch an Mr. Holland aus, äh, Mr. Holland's Opus. Gespielt von Richard Dreyfuss und einen Film von Stephen Herrick. Kennst du Stephen Herrick? Nein. Der hat eine ganz tolle Filmografie, wirklich eine ganz tolle Filmografie. Der hat unter anderem den ersten Bill & Ted-Film gemacht, dann die Realverfilmung von 101 Style Martina mit, äh, mit Glenn Close. Äh, Mighty Ducks, äh, Gritters, die drei Musketiere-Verfilmung aus den 90ern mit Charlie Sheen. Äh, noch vor zwei Jahren hat er einen Film mit Victoria Justice gemacht. Also, interessante Figur, würde ich mal so sagen. Aber umgehen geht's nicht. Es geht um Mr. Holland's Opus. Um einen, äh, Lehrer Ende der 60er, äh, nee, nicht um einen Lehrer, einen Musiker Ende der 60er, der, äh, Lehrer werden muss und, äh, sich dann denkt, wie viele andere natürlich auch, ich schreibe mein großes Opus und, äh, währenddessen für Geld zu verdienen, werde ich halt Lehrer und mach da so ein bisschen was nebenbei. Und das macht er dann. Allerdings ist er bis zu den 90ern, bis zu seiner Rente, äh, Lehrer. Und unterrichtet in dieser Zeit, äh, über die Jahrzehnte hinweg sehr viele Schüler und Schülerinnen und, äh, hilft ihnen dabei, Erwachsene zu werden. Und er muss natürlich selber in seine Rolle erstmal einfinden. Er wird immer besser darin, Lehrer zu werden. Er wird immer besser darin, auch Vater zu werden. Äh, denn er ist auch am Anfang kein guter Vater und muss lernen. Also, der Mentor an sich muss lernen, damit seine Schülerinnen und Schüler auch von ihm lernen können. Und, äh, es gibt kaum einen nachvollziehbaren Film für das Lehrer sein als, äh, Mr. Hollands Opus. Ist vielleicht ein bisschen kitschig. 90er Jahre kitsch. Trotzdem, ähm, große Empfehlung an dieser Stelle. Ich muss ihn dringend nochmal sehen, weil ich das relativ oft behaupte und, äh, ihn aber dringend nochmal sehen muss, um das wirklich nochmal unterstützend zu sagen. Äh, trotzdem an dieser Stelle, äh, Mr. Holland und die, Lehrer-Arsch-Typ-Figur quasi an dieser Stelle. Okay, kommen wir zu meinem dritten Pick. Nein, also, oh, ich hab nichts zu sagen, ehrlicherweise. Ich hab den Film nicht gesehen. Du sagst 90er-Jahre-Kitsch. Da denk ich an wesentlich bessere Filme, die in so einem Lehrer-Schüler-Milieu spielen. Und du hast mir jetzt auch null verkauft, warum das der absolut beste Mentor aller Zeit ist. Vielleicht hast du ja mal einen Lehrer gehabt, der sehr mitfühlend war. Der, wo du wirklich gedacht hast, da kannst du hingehen, wenn ich Probleme habe. Aber der ist auch fachlich, aber auch fachlich bringt er mich weiter in deiner Musikkarriere. Das ist, äh, ich bin eher zu dem gegangen, der mit dem Schlüssel nach mir geschmissen hat. Ah ja, ich merke schon. Okay, gut. Das ist, äh, das ist, das klären wir mal in einer anderen Folge, würde ich sagen. Also, du willst sagen, da ist ein, da ist ein Musiklehrer, der ist ein Softie und, äh, der wird noch softer durch seine Schüler und Schülerinnen und, ähm. Ja, es ist ein Softie, er ist, äh, er ist einfach ein sehr guter Lehrer. Einfach ein sehr guter Lehrer, der sich sehr gut in die Bedürfnisse und Gefühlslage seiner Schülerinnen und Schüler einfügen kann. Ja, aber davon haben wir nun wirklich in der Filmgeschichte, ja, zu Hauf. Aber keinen ganzen Film über so einen Person. Oh, naja, vielleicht nicht, dass wir wirklich einzig im Mittelpunkt stehen, aber natürlich gehört dazu auch immer diese, die Beziehung zu den, zu, 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 zu Unterrichtenden. Und, ähm, äh, die, die steht doch in anderen größeren Klassikern, die ich, wie gesagt, ich hab nicht gesehen, ne? Aber ich, äh, was wir jetzt dann gleich in den Honorable Mentions erwähnen, die würde ich dem doch auf jeden Fall vorziehen. Gut, eine hast du noch. Also, es tut mir leid, Marius, du hast hier, bist hier wieder in die Falle getreten des Films, den ich nicht kenne. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, aber ich hab da zwei so unfassbar gute Pics, deswegen konnte ich mir den leisten. Okay, so wie ich normalerweise, alles klar. Gut, ähm, kommen wir noch, kommen wir noch, reisen wir noch mal weiter in die Vergangenheit, ins 19. Jahrhundert vielleicht oder so. Und, äh, da begegnen wir einem Kopfgeldjäger, der einen schwarzen Sklaven unter seine Fittiche nimmt und, äh, ihm, äh, ihm alles beibringt, was man hat. Wir sind natürlich bei Django Unchained von Quentin Tarantino, äh, ein ganz, ganz fantastischer Film. Und, äh, Dr. King Schulz ist der Lehrer, der Mentor, auf den ich hier natürlich hinaus möchte. Christoph Waltz spielt den quasi seine Rolle aus in Glorious Bastards in 2.0-Version. Obwohl, man könnte, man könnte meinen, vielleicht nicht ganz so toll, aber trotzdem noch wunderbar gespielt, wunderbar geschrieben vor allem auch. Und sein Schüler ist in diesem Fall, äh, ein Sklave gespielt von Jamie Foxx. Äh, er befreit ihn, weil er, äh, wie war denn das? Der wollte doch, der, der nutzt ihn doch auch, weil er Informationen über Calvin Candy hat, an denen er ran will. Nee, nee, Quatsch. Nein, nein, Calvin Candy kommt dann ja erst später. Genau, ähm, Jamie Foxx-Figur hat Infos über einen, äh, Zielperson. Will ich dir helfen mit deiner Figur, oder? Nee, nee, alles gut, alles gut. Ich hab mich jetzt nicht noch mal in die Geschichte von Django Unchained eingelesen, aber sie ist so gut, dass ich sie nach etwas, äh, nach kurzem Anlaufversuch noch mal hinbekomme. Du musst hier nicht den Mentor spielen. Ähm, nein, also er braucht ihn natürlich, um Informationen für eine Zielperson zu erhalten. Und wenn das geschafft ist, dann hilft er ihm auch bei seinem ganz persönlichen Ziel, nämlich seine geliebte Frau wieder zu befreien von Calvin Candy. Und, ähm, das ist hier natürlich, äh, so herausragend, weil hier auch die Beziehung zwischen Lehrer und Schüler so toll dargestellt ist. Die beiden, äh, das ist nicht nur so ein Machtgefälle und so ein, also so auch Wissensgefälle und Fähigkeitengefälle, sondern die nähern sich wirklich an. Da entsteht eine Freundschaft. Beide sind am Ende ebenbürtig, was ihre She-Skills betrifft, wobei Jamie Foxx vielleicht sogar noch ein Stückchen besser ist. Auch was so die, das Soziale und das, ähm, ne, so Verkleinen oder Disguisen, also das Einnehmen einer bestimmten Rolle zum Erfüllen des eigenen Zweckes, das lernt er natürlich auch von Dr. King Schulz, ähm, der, äh, auch deshalb so, als Figur natürlich so toll ist, weil er so klar antirassistisch ist, weil diese ganze Sklaverei, ähm, gar nichts gibt oder die ganze Sklaverei so richtig auf den Sack geht und er das natürlich auch irgendwie, gibt gar nichts, ja, man möge es mir verzeihen, ähm, die, äh, er will das natürlich auch, äh, irgendwie alles aufbrechen, dieses ganze System wird nur schwer, aber natürlich am Ende, äh, tötet er dann den Sklavenhalter. Er gibt sein Leben für, für seinen Schüler, für dessen Frau, für dessen Ehre und kann man natürlich sagen, ja, okay, äh, es wäre eigentlich ein Happy End geworden, wenn er diesen Vertrag einfach unterzeichnet hätte und Kevin Kenny nicht getötet hätte, so wird die, so wird das Ganze nochmal kurz vor den Abgrund geführt, aber es ist einfach, er ist einfach ein klarer Antirassist und, ähm, er trägt den Rassismus von Kevin Kenny nicht und übergibt die Verantwortung endgültig an seinen Schüler, der es dann ja auch über Umwege schafft, äh, diesen ganzen Zirkus da auseinanderzunehmen. Äh, nein, er ist, er, er gibt sein Leben, weil er den Rassismus nicht mehr ausstehen kann, genau, und gibt das Schlamassel an seinen Schüler weiter, weil er muss ja davon ausgehen, sobald er schießt, äh, steht Jamie Fox dann in der, in, äh, umzingelt von Menschen und, äh, dass der da lebend rauskommt, äh, das ist nicht unbedingt, ähm, vorauszusehen. Deswegen, er, er gibt sein Leben oder, äh, tötet Kevin Kenny nicht für seinen Schüler, sondern aus, ähm, Eigennutz oder eigenen Motiven, weil, weil er diesen Rassismus nicht mehr ausstehen kann und deswegen jetzt einfach schießen muss. Nicht unbedingt für die Person von Django. Aus einem moralischen Imperativ heraus erschießt er Kevin Kenny. Wahrlich ist er ganz toll. Und ja, und ja, er weiß natürlich, dass sein Schüler so gut ist, dass er aus dieser Situation herauskommt, dass Jamie Fox das Figur dann am Ende doch nicht so gut ist, Django doch nicht so gut ist. Okay, ähm, aber er schafft es ja dann trotzdem. Also er ist ja dann am Ende derjenige, der dieses Haus komplett zerlegt, der seine Frau befreit. Also, ich weiß gar nicht, was du willst. Und davon abgesehen, zeigt dann diese Figur auch endlich mal ein bisschen Menschlichkeit, was sie vorher null gezeigt hat. Natürlich. Ja, ähm, was ich will, ich will einen weniger manipulativen, äh, Mit-Podcaster an dieser Stelle, weil, liebe Leute da draußen, ich mag Django Unchained mehr als Christian, würde ich mal einfach glaubt behaupten. Ich, für mich ist das ein Top-5-Film of all time. Und dagegen argumentieren zu müssen, ist natürlich durchtrieben, diebisch und gemein. Das habe ich kurz dazu zu sagen. So, aber natürlich kann ich dagegen argumentieren. Natürlich ist es eine lächerliche Wahl, weil, 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 weil ich hatte es eben ja schon gesagt. Also erstmal stirbt er nicht für seinen Schüler, was so ein Mentor machen muss, sondern er stirbt für, ähm, für sein eigenes Seelen halt. So. Dann, äh, wie du schon sagst, menschelt es in dieser Figur natürlich wenig. Also, äh, die ganzen Filme über, sind wir doch mal ehrlich, ist das die, ist das der nette Christoph Walz, ne, der da mitläuft, aber so wirklich Gefühle haben wir für ihn nicht. Und, äh, so ein Mentor, das muss natürlich jemand sein, wo wir auch, äh, mitfühlen, wenn er stirbt, ne. Und hier geht's mehr, äh, haben wir mehr, äh, die, die, die Reaktion von, von Django, die, die uns sagen lässt, ah, das ist, das ist tragisch. Wo war ich, äh, ja, äh, ist natürlich vielleicht eine ganz gute Wahl, aber ich hab heute schon besser ausgehört. Meine lieben Damen und Herren von der Jury, ich bitte Sie nochmal sich genau zu vergegenwärtigen, was Herr Rösch soeben gesagt hat, und, äh, damit, ähm, schließe ich meinen Fall. Vielen Dank. Okay, gut, äh, honorable mentions, äh, Lehrer, natürlich, Dewey aus School of Rock, Jack Black. Ja, wer möchte Jack Black nicht als Lehrer haben? War ich auch kurz davor, den zu nehmen, ja. Ähm, ganz klar, cool, aber, willst du den länger als Mentor, hab ich mir dann gedacht? So, für ein Konzert oder sowas, für ein Gig, geil, aber so, für ein paar Jahre als Musiklehrer, boah. Aber er bringt den Schülern das bei, worauf es im Leben wirklich ankommt, nämlich Rockmusik. Das ist richtig, das ist absolut korrekt. Ähm, ja, Yoda, Obi-Wan, Star Wars, Morpheus aus Matrix. Ähm, Tony Stark für Spider-Man, hätte ich noch. Och, das ist ja langweilig. Ja, ich sag jetzt, das sind ja die Only Man-Mansions, deswegen hab ich sie nicht genommen. Äh, etwas, äh, weiter gefasst, hätte ich Jimmy Page genommen, den Gitarristen von Led Zeppelin. Äh, in der wahnsinnig tollen Dokumentation in Might Get Loud, äh, stehen nämlich, äh, Jack White und, äh, The Edge von, von, von U2, wie Schulknaben quasi umherum und, äh, himmeln ihn an. Und, äh, er ist quasi eine, also, eine reale Figur als Mentor für alle Gitarristen dieser Welt, oder für viele. Äh, fände ich auch eine schöne Wahl und das ist ein Film, also. Aber ich seh schon, Christian hat noch nie in eine, eine Gitarre reingeholt. Ja, ich, ja, ich, also, ich tu mich schwer, wir reden hier über Filme und Serien und du packst eine Doku raus, also natürlich, äh, Moment. Es ist natürlich ein Film, ne, aber, also, ich glaube, wir haben hier so ein, so ein Vertrag gedanklich unterzeichnet, dass wir uns hier auf fiktionalisierte, äh, Figuren und Geschichten konzentrieren und nicht Dokumentationen. Nee. Nee? Okay, gut. Dann müssen wir das nachträglich noch machen, so. Ähm, ich hätte noch, also, was natürlich nicht erwähnt werden, nicht unerwähnt bleiben darf, ist das, äh, Robin Williams Double Feature Club der Toten Dichter und Good Will Hunting. Das ist natürlich hier gesetzt und leider sind die beiden bei mir schon zu lange her, aber, und ich glaube auch letztendlich irgendwie zu ähnlich, wie Robin Williams Figur da angelegt ist, aber das sind natürlich äh, 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 äußerst positive Beispiele für eine produktive und charakterlich befördernde Lehrerfigur und dann, hm, äh, hätte ich noch so, aber, ja, weit unten, Leon der Profi, Leon natürlich, für, für seine Mathilda, da haben wir die oft, ja, das ist natürlich, das ist natürlich moralisch verwerflich, einem Kind beizubringen, wie sie zur Auftragskillerin wird, aber, genau, das macht die Geschichte ja so interessant. Andere Sachen sind an dieser Geschichte moralisch verwerflich, aber, äh. Nur im Directors Cut, Marius, nur im Directors Cut. Und, ähm, dann, auch da war ich kurz davor, den zu dem Paimai aus Kill Bill Vol. 2. Ist jetzt natürlich ein brutalsches Klischee, aber gerade diese Klischeehaftigkeit vom weißen, äh, über Wasser tänzelnden Kung-Fu-Meister, der einfach nur den Finger irgendwo gegenhalten muss und es explodiert, äh, das ist, äh, das macht Spaß. Und es ist, es ist einfach ein Bild für die Ewigkeit, wie er da so sitzt, mit seinem Bart und sich da so durchstreckt und den zur Seite wirft. Herrlich. Stimmt, ich hätte auch, äh, du hast ja One Piece mittlerweile gesehen. Ja, dann hätte ich vielleicht sogar mal Shanks in die Runde werfen können. Ich hatte One Piece schon vorher gesehen, aber ja. Aber Shanks wäre dann wirklich ein miserabler Mentor gewesen, weil der in 500 Folgen ungefähr dreimal auftaucht. Ja, aber. Der Mentor, der durch Abwesenheit glänzt also. Der würde ja auch nicht den Strohhut nehmen können. Ich meine, ich weiß, Marcel, ich erinnere mich auch noch, früher hat die meisten, hat man bei jeder Stunde, wo der Lehrer zu spät kam, gehofft, auch vielleicht kommt er nicht, vielleicht haben wir eine Stunde Ausfall. Aber für eine Geschichte ist das nicht besonders gut. Gut. Männer haben wir hier genannt. Äh, Frauen wären noch genannt an dieser Stelle. Nochmal der gedanklich verbindliche Vertrag für uns beide. Und jetzt aber mal ehrlich, warum hast du Dumbledore nicht genommen? Weil du Harry Potter nicht magst. Ich habe noch nie mit dem Harry Potter-Epic hier gewonnen, glaube ich. Nicht? Hm. Ja, gegen Dumbledore hatte ich, glaube ich, schon mal bei Bart. Ich habe mir gedanklich schon mal ein paar Argumente zurechtgelegt für Dumbledore. Ja, siehste. Und man muss dich ja auch mal ein bisschen hier auf Glatteis führen. Ja, unsere Konstellation, wie immer, äh, der eine nimmt dem anderen was weg von seinen Picks. Äh, ich sag noch mal, ich hatte Mr. Holland aus Mr. Hollands Opus. Ich hatte den Imperator aus der gesamten Star Wars-Reihe. Und, äh, Phil aus Hercules. Ich hatte Yoda aus Star Wars, Terrence Fletcher aus Whiplash und Dr. King Schultz aus Django Unchant. Ja, äh, der, der, ich möchte nicht mit Stuhlen bewerfen werden. Nein. Och, ausgerechnet die interessanteste Lehrerfigur an diesem gesamten Kosmos schmeißt du raus. Schade. Schade, schade, schade. Ja, du, du bist, das ist natürlich perfide von dir, dass du hier Mr. Holland reinnimmst. Glaubst du jetzt, glaubst du jetzt bloß, weil, weil er mir nichts sagt, schmeiß ich den sofort raus, oder was? Ja, die anderen beiden sind die großartigen Picks und Mr. Holland ist der Pick aus meinem Herzen. Das ist der, ist der Opferpick, ja. Nein, das ist aus meinem Herzen. Stich mit meinem Herzen. Nee, wisst du was, da geh ich nicht mit, ich nehm Puppetine. Ich fahre Puppetine raus. Nee, das ist aber wirklich blödsinnig. Also, wir hätten uns hier wunderbar einigen können auf einen Mentor für die gute Seite und einen für die schlechte Seite. Und jetzt nimmst du das hier raus. Also, gut. Nee, nee, das ist das Spiel. Ich hab kein Vetorecht. Also, nehm Puppetine raus, ist halt gut. Dann sind wir für Mr. Holland, oder was? Ja, Yoda, King Schultz, Mr. Holland. Ja, perfide. Und Film. Ja. Also, es ist Dr. King Schultz. Was ist Dr. King Schultz? Ja. Also, natürlich gibt es kleinere Argumente, die gegen ihn sprechen. Allerdings, der Volk gibt ihnen recht, somit hab ich die Folge quasi eingeläutet. Django kommt da raus. Und es ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich liebe Christoph Weitz in dieser Rolle noch mehr als in Hans Landers Rolle. Es ist, ähm, er macht alles richtig, was ein Mentor, äh, befreit ihn aus den Ketten der Sklaverei. Also, ähm, ich wäre damit tatsächlich in Ordnung, wenn der hier gewinnt. Ich hatte ihn natürlich auch auf der Liste. Aber dachte mir so, nee, das ist nur wirklich langweilig. Aber nur gut. Manchmal muss man auch die langweiligen Sachen nehmen, ne? Also. Herzlich willkommen im langweiligen Podcast. Da habt ihr ja draußen schon genug andere. Ähm, nein. Ansonsten, wenn wir uns jetzt hier nicht geeinigt hätten, dann hätte ich gesagt, wir machen den besten Mentor über und einen unter einen Meter. Aber dann. Auch schön. Dann einigen wir uns auf Dr. King Schulz. Dann ist das hier, ich glaube, mittlerweile unsere dritte Ausgabe, wo es einen klaren Gewinner gibt, ne? Ja. 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 Sehr schön, sehr schön. Muss auch mal sein. Muss auch mal sein. Äh, ja, herzlichen Glückwunsch an, äh, Christoph Reitz, nachdem Oskar die zweitwichtigste, äh, Auszeichnung auch gekommen ist. Auszeichnung. Ein, ein, ähm, Rangunamen hast du damit gewonnen. Und, äh, wir machen nächste Woche weiter mit etwas anderem. Ihr könnt uns natürlich gerne sagen, was euer Lieblingsmentor oder bester Lehrer aller Zeiten ist. Also jetzt nicht privat, was euer Lieblingslehrer war. Damit können wir wenig anfangen. Aber so aus der Filmgeschichte und Seriengeschichte. Serien zum Beispiel hatten wir gar nicht hier im Kontext, ne? Gibt's bestimmt auch tolle Sachen. Bei Game of Thrones oder so, einen guten Mentor. Mhm. Ja. Schwierig. Ja. So, ähm, die könnt ihr uns gerne erzählen auf kinotagesstätte.com. Äh, uns hören kann man auf Spotify oder Apple Podcasts oder ganz vielen anderen Plattformen. Und wir sind auch zu finden bei, äh, Twitter oder aber natürlich auch bei Instagram. Möchtest du noch deinen, äh, Lieblingslehrer, deine Lieblingslehrerin von früher grüßen, Marius? Er lebt leider nicht mehr. Deswegen nicht. Mein Beileid. Danke. Mein Beileid, ähm, ich, puh, ich müsste mal überlegen. Ach ja, ich grüße Frau Förster. Frau Förster. An dieser Stelle, die Folge ist für dich. Ja. Für sie. Entschuldigung. Pass auf, sonst kommt der Schlüssel geworfen. Ja. So, ähm, dann auch danke euch fürs Zuhören und danke Marius fürs, fürs, fürs Diskutieren. Gerne. Und wir uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020